Servus YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Motor-Vlog auf meinem Channel. Heute regnet es mal wieder. Heute haben wir ein wenig was auf der Hinterachse drauf, deswegen nicht so gut. Deswegen können wir heute nicht so schnell fahren. Ich habe mir gedacht, jetzt im kommenden Sommer, wenn ich dann wieder öfter zu Vlogs komme, euch meine favorite Schlepper vorzustellen, die ich cool finde und auch zu sagen, warum ich die cool finde. Da werden natürlich viele Fans dabei sein, aber ich denke mal definitiv auf andere Schlepper, die sowohl neue als natürlich auch alte Schlepper, weil oft auch die Konzeption von alten Schleppern echt der Wahnsinn war. Konzeptschlepper und solche Sachen, denke ich mal, ist auf jeden Fall interessant. Natürlich interessiert es mich auch, was ihr gerne hören wollt zu den Schleppern, Leistungsdaten oder eher wirklich die Geschichte dahinter. Bei den neueren Rennen wird man zum Konzept wahrscheinlich eher weniger sagen können. Ich denke mal, dass wir jetzt schon mal wieder öfter sind. Wenn ihr irgendwas wissen wollt und ich kann euch helfen, schreibt mich am besten in Facebook an oder ich habe auch eine E-Mail-Adresse. Die blende ich euch jetzt unten ein. Und hiermit zeige ich dann auch Servus, bis zum nächsten Video.